Die Visiten mit freundlicher Unterstützung von McDonalds, Ihren Restaurants im Aargau und Soleturn und Emil Frey, Ihres Auto-Centers Saferwil mit Kia Motors. Herzlich willkommen in der Sendung Visite. Warum bin ich ohne Auto? Warum bin ich ohne Kia Seed? Der Kia Seed wird für Sie fertig gemacht und zwar für was? Ah ja, ihr könnt das Auto ja gewinnen, nur, dass ihr es wisst. Ich habe eine E-Mail bekommen und zwar von Jürgen Stauffer, der tut Tontöpfern. Jetzt laufen wir einfach mal weiter, die fahren alle hinter mir her. Liebe Zuschauer und nun für Sie die Ortstafel von Reinhach. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist, wir haben heute Jubiläum, 150. Sendung. Liebes TLM1, könnte ich jetzt ein bisschen Feuerwerk haben? Ein bisschen wenigstens. Ich bin noch da. Aber es würde nicht funktionieren ohne Sie. Und das ist einfach so. Und darum feiern wir mit Ihnen zusammen. Und jetzt lagen Sie mal. Ach, falsch rum. Danke viermal fürs Zuschauen. Grüezi. Grüezi. TeleM1, Grüezi. Kennen Sie meine Sendung? Ja. Ah ja. Ja genau, ich gehe immer zu den Leuten rein und schaue, ob sie TeleM1 sind. Hören Sie? Ja. Ja, dann gehen wir mal schauen. Ja, super. Und für die Zuschauer die Regeln. Ist die TLM1 auf ihrem Fernsehen unter den ersten neun Sender, können Sie Endejahr ein Kia Seed im Wert von 25'000 Franken gewinnen. Obendrauf gibt es McDonalds Gutscheine für ein Monat nach ihrer Wahl. Haben Sie die TLM1 später programmiert, dann haben Sie immer noch die Chance in unserem Kartenspiel um das Auto und Gutscheine zu spielen. Ja. Das ist der Armin, das ist ganz lieb. Da ist ja weg im Fernsehen. Eva, Eva, wir gucken jetzt, ob Sie TeleM1 sind. Wir haben da zwei Fernseher und beide haben auf der Füffi. Ja, dann gehen wir gucken. Wo wollen Sie gucken? Ja, wir haben jetzt zwei Fernseher, zwei mal Füffi. Zwei McDonalds Gutscheine. Um das Auto müssen wir ja nicht mehr spielen, da haben Sie ja schon. Also sagen Sie höher, dann dürfen Sie auch selber umdrehen. Schauen Sie. Ah ja. Sehen Sie, da hätten Sie schon gewonnen. Danke. So, ich mache Ihnen den Kleber dran. Ja, auch so machen Sie. Ja, eben. So, schauen Sie. Ich habe nicht lange hier laufen müssen. Für immer. Für immer. Jetzt würden Sie es sehen. Ich habe eine beste Visite. Sehen Sie. Ohne abzusprechen. Sippe, ich nehme Sie ab, dass Ihre Wohnung nicht kaputt geht. Claudine, danke vielmal. Behalten Sie Ihren Humor. Hans, alles Gute. Grüezi. Tele M1. Grüezi. 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 Kennen Sie meine Sender? Tele M2. Tele M2, das habe ich mir gedacht mit so vielen Antennen auf dem Tag. Keine zweite Sendung. Ich gehe mal zu den Leuten heim und schaue, ob sie Tele M1 sind. Ja, also ich kenne sie schon irgendwie. Ja, ja. Schon irgendwie? Das haut mich ja jetzt fast um. Irgendwie. Angebetet noch. Ja, sicher. Ich habe noch gefilmt. Ja. Du bist ein CB-Funker, oder? Ja, Amateur-Funker. Ja, das heisst auch, wie ich mir gedacht habe. Hast du die Antennen gesehen? Aha, das ist ein Amateur-Funker. Was sind denn das für Dinge da? Ein kurzer Moment, ich kann es dir erklären. Ja, das sind Rahmenantennen. Okay. Für eine lange Welle. Ja. Da braucht es einen Empfänger. Ja. Und der Sender eingestellt ist. Da braucht es einen Mescher da. Ja. Kannst du nicht heutzutage mit dem Internet schon direkt in diese Dimension? Das ist ja schon klar. Ja. Aber das ist ja nicht der Reiz, oder? Ja, genau. Weil die Störungen sehr intensiv sind von diesen digitalen Geräten. Das sind Bildschirme, das sind Computer. Und was machst du damit? Ein Sender-Empfond, der weit weg ist. Okay. Und die Kollegen arbeiten. Experimentieren hier mit dem Satelliter-Reiziver. Ja. Dann sieht das so aus. Walter, wir machen das jetzt so. Dieser Raum ist jetzt konfisziert. Der gehört mir. Aha. Du darfst einfach hier weiter drinnen funken. Ja, gerade der weg. Ja, ja, wenn, dann bin ich genau hart. Happy Birthday, wie sagst du denn? Die Sendung heisst Visite. Ah, Visite. Happy Birthday, Visite. Es schiesst mich langsam mal. Kein Mensch kennt diese Sendung. Das ist zum Heulen wirklich ohne Schein. Wolltest du nicht zu sagen? Ei, ei, ei. Jetzt gange ich raus. Gange ich irgendwo hin, wo die Menschen mich gern haben. Afrika, Australien. Liebe Zuschauer, bevor wir jetzt gleich zum Jürgen Staufer kommen, der mit dem Ton, möchte ich wirklich vom ganzen Herzen säcke. Danke vielmal. Hey, wir haben Einschaltquoten. Damit haben wir nie, nie, nie gerechnet. Und das geht nur mit euch. Mit euch zusammen Comedy machen. Mit euch zusammen Spaß. Bleibt mir gewogen. Danke euch vielmal. 150 Sendungen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Nini. Moin. Du bist schon am Wascheln. Es soll gelten. Moin. Super. Ja, geil. Der Junge ist schon am arbeiten. Am Ton machen. Das ist dein Künstlerzimmer. Jawohl. Guck, eine Katze. Wie kommt es auf Ton? Mein Grossvater mütterlicher Sitz hat mir Ton gearbeitet. Ja. Halbzeitlich figürlich. Und da habe ich etwas von ihm ein wenig. Ah, und damit tust du dann so... Ja, dann ist ein Afrikanischer mit indischen Wurzeln. Ah, da. Das ist jetzt auch von dir? Ja. Nein. Das ist speziell. Auch mit einem speziellen Dom. Das ist jetzt von dir? Das von dir. Hey, guck, den Nicolier hat er gemacht. 1800 Franken. 1800. Ja, nein, das ist es wert. Es sind sechs Wochen. Also bitte, das dürfen wir nicht vergessen. Aber du kannst alles machen. Jede Figur eigentlich, oder? Ja. Ja. Fast alles. Ja. Ja. Hey, ununglaublich. Ich gehe auf die Bilder gar nicht ein. Weil die sind traumhaft. Also, die Bilder malen tust du auch noch. Ja. Was machst du denn noch alles? Spinnchen an. Du bist ja schlimmer als ich. Nein, Kompliment. Also wirklich, ohne Scheiß. Da hast du jetzt auch mit dem Werkzeug diese Dinge reingemacht, diese Rillen, oder? Ja. Den versuche ich jetzt nachzumachen. Ich. Dumm wie Brot. Boah. Ey, das ist... Das nimmt aber auch sofort Form an, ne? Guck das jetzt die Nors. Ich muss ein bisschen runter machen. Du lachst dich kaputt gerade, ne? Ja. Jetzt mache ich die Stacheln. Siehst du den Igel schon? Das ist ein fetter, dicker Igel. Mama Igel und Baby Igel. Wen habe ich gemacht? So. Also, Jürgen. Ich möchte dir eins sagen, was du hier machst, ist einfach traumhaft. Es ist gigantisch. Es ist wunderschön. Ich hoffe, dass viele Leute bei dir Ware bestellen. Danke dir, wenn man das kommen durfte. Ich gebe dir so die Hand, du bist ja noch voller Dingsen. Und liebe Zuschauer, falls sie auch so eine verrückte Leidenschaft oder so ein verrücktes Hobby oder auch ein ganz normales. Ich freue mich über jede Anmerkung, über jede Bewerbung an dieser Adresse. Visite, 150. Sendung. Abgehakt. Danke vielmals fürs Zuschauen. Die Visite mit freundlicher Unterstützung von Emil Frey, Ihres Auto-Centers Saverwil mit Kia Motors und McDonalds, Ihres Restaurant in Aargau und Solenturn. Happy Happy Birthday Visite. Happy Birthday Visite. Happy Birthday Visite.